Herzlich willkommen bei der Sparkasse Köln-Bonn. Um was geht es? Okay, eine Immobilie, verstehe ich das richtig? Wo soll das Haus dann ganz genau sein? Und wie lange wollen Sie das Haus haben? Also haben Sie dann in Deutschland irgendwelche Probleme? Und jetzt wollen Sie abhauen. Okay, da hätte ich eine Festzinshypothek über zwölf Jahre mit einem Zins von 1,2% und eine Anzahlung von 690.000 Euro. Ja, die Hypotheken wurden teurer. Ja, schon länger, ne? Die Inflation. Und ich sage Ihnen auch, wieso, wegen diesen Autotune-Rappern, da bekomme ich Kopfschmerzen. Das hat schon Oma gesagt. Außer die Preise von meinem geliebten Cheeseburger bei McDonalds. Ja, lass zu McDonalds gehen. Scheiß auf die Inflation.